und damit haben sie es liebe leute willkommen jetzt zurück zu einem schnellen let's platin run hier bei mir im kanal nämlich daggerhood das ganze ding ist auch wieder von ratalaika games wie man das kennt hier relativ schnell platins hier von dem publisher so an sich immer kurz über die trophäe rüber weil die trophäe oder die platin ist so ein bisschen hier skill und luck abhängig sage ich mal weil ihr müsst da mit der steuerung klar kommen dieses teil ist nicht so einfach aber ja das geht ist ja trotzdem 88,6 prozent hier auf platin töte einen gegner stirbe einmal schließe ein level abschließe drei level ups und so weiter ja level ups ja genau level abschließen hier zehn feen müssen wir jeweils hier anfangen hier das heißt zehn level durchspielen alle schätze in einem level abholen alle schätze in drei levels und so weiter bis zehn level natürlich hoch also das heißt sie müssen zehn levels jeweils die fe finden plus alle schätze es gibt immer fünf schätze eine fe pro level und man braucht auch in zehn levels drei sterne das war's so denn da ist zehn levels bis sie so gesehen durch und dann habt ihr hier die platin alle schwamm zwölf level also zehn level müsste durch mit allen schätzen und alle feen und alle drei sterne geht nicht immer alles kombiniert deswegen müsst ihr teilweise level zwei mal spielen ja und als zwölf level insgesamt abschließen für die platin so drei preistat geht normalerweise in 15 minuten bis 30 minuten sogar ist natürlich auch sechstach platin möglich wird hier version eu us und japan nach die drei stacks gibt es ist im battle für 499 im psn store moin gamer moin fischer moin terratio ja genau ist im battle wie gesagt 499 hier für ps4 ps vita also in dem fall klar wenn man keine hier ps vita aus japan oder usa hat dann halt nur vierfach platin möglich so gut haben wir das ganze dinge aber auch an ist relativ simpel das ganze ist natürlich ja gut also mit viereck hier schmeißen wir den dolch und noch mal vier ecken porten man sich zum dolch und genau das muss halt teilweise getimt werden ja ist gar mal so ja gut hier sind wir jetzt die ganze erklärungen xx ist doppel jump na ja das gleiche geht dann auch an die wände hier also das ganze geht hier auch da ist ja wie gesagt hier also ein bisschen ja na ja da ist deswegen ja der gar darüber hier zack zu der fee hier und da und hier sieht man jetzt diese fünf schätze und dann hier rein ins ziel und der hoffnung dass wir noch die zeit dann erreicht hat hier für drei stelle so haben wir das auch die fünf schätze haben wir nicht aber überlegt weil ich immer noch so ganz leicht angeschlagen bin ja er gibt es eigentlich wenig sind hier mit farc new dawn zu starten vor allen dingen tag kamen weil ja entweder mehr oder weniger kurzer platin ist da müssen wir da mal ja oder habe ich ja so gedacht mache ich dann eher ja aus welcher diese zwei platin ja ja konnte man denn hier ja so konnte aber um hier stelle stelle an auch so mal einmal gestorben das müssen wir auch noch hier mit machen so aber zumindest die fähigkeit wichtigste dass wir die source holt weil die die sport nach einer gewissen zeit und dann ist es natürlich dann kacke wenn man sich da zu viel zeit lässt dann ist nämlich die fähigkeit und dann kriegt man die der brote im level nicht mehr so alles hingegen gedacht war dann ja der fall aus verkost die billig platins hier und dann halt also zwei stück einmal das spiel dann kommt danach noch mal eins sorgt sind wir ja nur ein stern nach und so weiter wiederholen viereck so als nur das noch in der zeit schaffen so das hält dann jedes mal mit weil der speichert es zwischen vor dem her geht es immer ganz gut hier also einmal alle feen holen alle schätze holen und einmal dann nur noch auf drei stadt und dann kann wir mit x weiter fortfahren das geht so ja level 8 kann jetzt schon sagen ja da werde ich probleme haben 10 vermute ich auch haute sind wir gleich wie das ja ausschaut super mit wolf ja so ungefähr also ist ein tic einfacher wie hier mit so 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 was hast ich ja immer ne Aber wie man sieht hier, Trophy Zone Ende. Ich glaube, die brauchen nicht großer Van hier. Das seht ihr dann nebenbei immer aufploppen hier. So. Gucken wir uns jetzt mal, dass wir das noch in der Seite schaffen. Achso, jetzt bin ich auch fortfahren hier eigentlich. Ich hab mal ein. Dann nochmal anders. Billigzeltat. Äh. Ja, ja, sieht man es ja. Na, keine drei Sterne. So können wir uns theoretisch danach nochmal nachholen. Oder nochmal gucken hier, wie man da jetzt stand. Falls wir da irgendwie zwischendurch Probleme hatten. Oder wie einmal oder dort sind wir auch weitergegangen ist. Anstatt einfach auf Wiederholen. Wie ich das jetzt gemacht hab. Zum Beispiel. Äh. Also wir kurz gucken, wo die Fähigkeit ist. Die weiß ich jetzt nämlich nicht mehr auswendig. Nein. Zu langsam. Äh. Mei. Wo Fan-Tipps dazu bräunig. Weil da ist die 1 zu 1 die Guide hier so, ne. Und dann ist hier gut. Nein. Oh, im Ernst jetzt. Scheiße hier. Ja, das meinte ich am Anfang hier. Zu ist ja mit hier. Teil ist Fähigkeit abhängig hier und Luck. Na ja, aber je nachdem jetzt wie hier gerade die Gegner stehen. Oder wie man hier den Double Jump da hinkriegt, ne. Kann da ein bisschen nervig sein. So. Also fix alle Schätze holen. In der Hoffnung, dass ich natürlich jetzt nicht sterbe irgendwo. Durch irgendwie einen billigen Fehler oder so was. Äh. Nein. Genau wie sowas. Oh, Mann ey. Äh. Mach dir doch mit Absicht hier. Im Ernst. Ja, weil Lack und Leder brauchst du, ne. Sonst hier hast du keine Chance. So. Mei, mei, mei. Also hier ist aber ein bisschen hier im Gegensatz zu der Vita. Die Steuerung hier ein bisschen angenehmer. Weil bei der Vita ist ein bisschen eher schwammiger. So. Tag Lara. So, jetzt haben wir zwar das Level aber logisch, heißt die Zeit nicht. Feehammer, Schatzhammer. Detail ist jetzt einfach nur der Speedrun. Äh. Äh. Von dem Level. So. Haben wir dann auch. Okay. Hmm. Na. gott so ja das haben wir das haben wir die zeit nicht alle klar dann noch mal weil die war denn schneller gott da holger Was ist die Füße für meinen Decker sehen? Oh Mann. Gut, passt weiter. So. Die meisten Levels hier muss man halt echt zweimal spielen müssen, sonst hast du keine Chance hier, das mit der Zeit zu kombinieren. Das ist hier nicht möglich. Aber gut, das sind ja schnell gemacht, man sieht es ja hier. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Nur an dieser Zeit nicht, genau. Wie gesagt, 10 Levels reichen mit hier 3 Sterne und Fäden. Und sonst insgesamt halt 12 Level abschließen. Von dem her ist dann hier ab 10 oder ab Level 11, sagen wir mal, hier das ganze Ding wesentlich entspannter. Muss man nur den Ausgang wissen. So, weiter. Na, genau das sagte ich mir jetzt. Genau dat. Na, genau dat sei doch hier Level 8. Das ist hier. Unter dem Block bringe ich mir natürlich auch nichts, wenn ich mich da importe. Echt? Das Blöde ist, ich versuche mich natürlich zu beeilen. So. Und dann stelle ich mich gerade drauf an. So, geht doch. Gut. Na komm, respawn. Danke. Oh nein. Oh, oh. Das war uns gerade zu gefährlich. Das war uns gerade. Im Ernst. Alter, Alter. Tag, Klopperer. Und ja, Bayern ist wieder eins, ja. Äh. Ja, ja. Gut, bei der Thor-Serie, da war es aber auch klar, ne. Ja, ja. So. Im Ernst jetzt, ich hasse dieses Level. Äh. Äh. Das ist unglaublich. Ja, deswegen sei doch, Lack und Leder, ja. Also, Skill und Lack, ne. Das hier, bei mir gerade auch, wie man sieht. So. Jetzt sauer. Hm. Ruhigbar. So. Gott. Na also. Barker gelesen, ne? Was? Ja. Ja. In Hoffenheim, wisst ihr? Okay. Hm. Ja. Da, das habe ich mitgekriegt. Ja. Das habe ich wohl mitgekriegt. Ja, guck mal. Jetzt sehe ich sogar die, im Ernst, Insiderwischt hier. Ja, aber Devil May Cry ist fast unmöglich hier auf Platin. Äh. Na, ne. Ich kann die CD schon wieder vergessen. Ich könnte theoretisch jetzt aber da immer hier Level 12, 13, 14 oder sowas hier die 3 Sterne holen. Das wird natürlich auch die Möglichkeit sein. Aber, war das lieber so durch hier, dass ich 10 hintereinander habe und dann ist gut. Aber die Möglichkeit würde es theoretisch auch geben. Ja. Man muss ja nicht hier 1 bis 10 komplett alles haben. So. Äh, der ist doch draußen. Devil May Cry haben die meisten schon. Eine streamt sogar gerade. Die ab und zu ja bei mir auch hier im Stream ist. Die Smash the Bunny. Die streamt es gerade. Na. Ups. Ups. Ja, ich schätze mal, dass wir jetzt noch nerven werden, die, die Trophies. Weil die sind ja... Ach Gott. Mei, oh mei, oh mei. Hä? Ah, es hat mich da hingeportet. Ich depp. Oh. Das ist natürlich der Kack, wenn ihr hier mehrfach hier Viereck drücken willst. Na, dass ich dann eher hinportest, anstatt hier... ...dann nochmal hier einen Dagger schmeißt. Ne? Also ja, ein Dolch. So. Da, dass ich verteilen bin, zum Beispiel, dann zack, du hast ja auch aufgeschwiezt. Wäre dann auch eher suboptimal. Hä? Gott. So. Kann man das auch, nur halt wahrscheinlich wieder die Zeit nicht. Genau, richtig. Weiß ich noch nicht mehr ein Level hier war, das hier irgendwie, was auch nicht so ganz einfach wie der Zeit her war. Weiß ich auch nicht, ob es das hier jetzt das war, oder hier ein anderes. Äh, ja, passt. So, Level 10. Autsch. Äh, danach mach ich nochmal hier so, so ein Billig Platino. Autsch, das dauert einen Tick länger. Aber auch nicht auch viel länger. Ne? Aber, da kommt noch mal sowas ähnliches. Nur das hier habe ich ja schon ewig lang, oder was ist die, wie lange, aber schon ja... Ne, ganz gute Zeit hier auf, äh, Platin für die US-Version. Ne? Da habe ich ja ewig gewartet hier, bis es mal endlich im deutschen Store kam. Ach ja. Da übrigens, bei der Wege kann es gut sein, als wenn ihr danach sucht. Das momentan nicht funktioniert, die Suche. vom, äh, PSN-Store, weil die einen Bug hatten, oder einen Fehler im System, von der Suche. Deswegen müsst ihr dann unter PS4 gehen, und dann da unter Neuveröffentlichungen, und so weiter gucken. Dass ihr das Spiel findet, wenn ihr es im deutschen EU, also im EU-Store, holen wollen würdet. Wie gesagt, da haben die einen Such-Bug, wird aber anscheinend noch gepatcht, von dem her. Ja, kommt dann noch. Das ist ganz normal, fuck. Das Spiel hier über die Suche gefunden werden kann. Im US-Store findet man es über die Suche. Nur im... Baaaaaah. Die US-Store eigentlich. So. Japan geht auch. Im Ernst, was ist denn hier? Gar nicht. Ich habe Devil May Cry von der PS3 war das hier eine Version. Ich glaube, der 3er war das, oder irgendwie so. Ähm, ja. Den habe ich aufgegeben. Das ist ja Wahnsinn. Ah, Devil May Cry, ne? Ne, ne. So. Jetzt haben wir die durch, und jetzt wissen wir ja, die Spiele ein... Äh, Quatsch. Die Spiele, die levelsieren oder abschließen, ja. Dann haben wir das Ganze. Ne. Ne. So. Ja, Level abgeschlossen. Und ab zur 12. Nein. Zunahme Stachel. Boah. Ja. Wer damals halt zumindest ja wie es jetzt ausschauen würde, weiß ich jetzt gar nicht. Aber Devil May Cry ist ja derzeit ja unmöglich. Das geht nicht. Äh. Oh, im Ernst. Nein. Dieses Scheiß haben wir ja nicht. Äh. So. Na also. Geht doch. Level abgeschlossen. So. Da ist die Trophy für Level 12 abgeschlossen. Äh. Vorher haben wir jetzt irgendwas vergessen. Ah, doch nicht. Da war sie gerade. Ja. Schön, wo wir die Banken drüber auch. Egal. Da war gerade hier die Platin. Da ist sie doch. Echt jetzt? Okay. Warte mal. So. Guck mal hier. Wie oft ich Platin hier kriege. Geil, ne? Ja. Ja. Ne. Das haben wir. Platin hier an dem Spiel haben wir. Was haben wir jetzt hier? Stream 2, 19 Minuten. Ja. Okay. Geht. So. Das Ding ist Platin. Gehör ich jetzt auch hier zu dem 88,5% mittlerweile. Habe ich sogar 0,1 höher getrieben, das Ding. Äh. Ah ne. Sogar runter. Hä? Wieso ging das jetzt runter? Also hier ist so ein 88,7 eigentlich. Egal. So. Ähm. Ja. Das Ding ist Platin. Ne? Ne. Der Schwierigkeitsgrad ist einfach nur zu krass. Du musst auch im höchsten Schwierigkeitsgrad durch. Ne? Und das habe ich glaube auch ohne sterben. Oh. Wieso? Was war das? Äh. Um 11 Uhr wieder auf. Was? Ne. Ne. Mach ich gerade hier nicht. Ja. Genau. Und das Ding ist Platin. Das heißt ich werde jetzt ganz kurz den Stream ausmachen. Schnell mal kurz ummodeln auf das andere Spielchen. Ne? Und dann halt. Äh. Ja. Sehen wir uns gleich wieder wenn ihr wollt. Hier in einem anderen Platin-Gamechen. Mit Ratz-Ratz-Platin-Wollen. Das ist ein Puzzlespiel. So viel schon mal vorweg. Also Rätselspiel. Rätselpuzzle. Wie auch immer. Ähm. Ja. Ja. Das heißt. Für jetzt soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sag ich mal. Für hier Deckout. Und dann sehen wir uns gleich wieder wenn ihr wollt. Bei dem anderen Game. Ja. Also ich sag einfach mal. Bis gleich.